Wir sind Tegut. Mit rund 300 Märkten und mehr als 20.000 Artikeln entwickeln wir uns seit 1947 erfolgreich weiter. Das eröffnet unseren derzeit 8.000 Mitarbeitenden einen bunten Strauß an Möglichkeiten. Denn bei uns kannst du sein, wie du bist und werden, was du willst. Genauso, wie du es willst. Was uns bei Tegut verbindet, ist unsere starke Gemeinschaft, in der Initiative anerkannt wird. Denn was wir wollen ist, mit dir gemeinsam und für unsere Kunden nachhaltig wachsen und unsere Werte mit dir gemeinsam leben. Wir sind nachhaltig, was unser Sortiment und deine Entwicklung angeht. Wir sind verbindend, eine starke Gemeinschaft mit wertschätzendem Umgang. Und wir sind Initiativ. Wir packen es an und erfinden uns immer wieder neu. Klingt gut? Finden wir auch. Genau das ist unser gemeinsames Ziel. Die nachhaltige Entwicklung von Menschen und Sortiment. Wir achten auf unser Umfeld. Bei allem, was wir tun. Und wie wir es tun. Wir sind umfeldbewusst. Du bist auch umfeldbewusst? Dann freuen wir uns sehr auf dich. Wir sind eingegmonieren. Vielen Dank.